Das eine Nein, das hätte vielleicht jetzt mal einen halben Tag wehgetan, aber das, die Konsequenzen aus dem Nein, die tun Wochen und Monate weh. Die Frage, die ich mir jetzt mal stelle ist, wie war denn erstmal dein Tag heute? Mein Tag war soweit ganz gut, bis auf die Tatsache, dass es unserem Hund nicht so gut geht. Das ist jetzt gerade nicht so schön, aber auch da müssen wir natürlich letztendlich am Ende des Tages durch. Und ja, wir haben auf jeden Fall, denke ich, ein Thema, was mir zum Beispiel am Herzen liegt. Vielleicht können wir noch ein anderes Thema machen, aber heute, was mir wirklich am Herzen liegt, ist dieses Thema. Ich beobachte bei den Immobilienmaklern, dass sie unheimlich Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Das mag gut sein, ja. Nein zu sagen bei einem Verkäufer, der einfach partout nicht von seinen falschen Vorstellungen des Preises runter muss. Ein Thema. Ein zweites Thema, du hast einen Mitarbeiter, es passt einfach nicht und du musst einfach eine Entscheidung treffen. Also Entscheidung haben wir ja schon mal gehabt, das Thema. Aber auch Nein zu sagen, nein zu einer Person oder auch diese Unsicherheit überhaupt generell dazu zu stehen, dass man nicht alles machen kann. Ja. Was glaubst du denn, warum das so ist? Ja, was glaube ich, ich glücklicherweise weiß, warum es so ist. Also das Thema ist ja wieder auch hier, wenn ich nicht genau weiß, was ich eigentlich will. Und es hat nicht Nein sagen zu können, hat unheimlich viel mit Unsicherheit zu tun, mit einer eigenen Unsicherheit. Jetzt könnte man das wieder so auf Thema Fähigkeiten etc. ist ja auch wieder eine Fähigkeit, Nein sagen zu können. Ja, klar. Aber am Ende hat es sehr, sehr viel mit der eigenen Unsicherheit zu tun, die wiederum ursächlich begründet ist, mit dem eben Nichtwissen. Also wenn ich etwas nicht weiß, wie etwas funktioniert oder wie soll ich sagen, wie bringe ich das denn rüber. Also auch mit Angst hat es, glaube ich, zu tun so ein bisschen. Reaktion auf jeden Fall. Genau, Angst vor der Reaktion oder vor der Konfrontation, was dann passiert. Genau, das ist so ein Spiral-Ding, wie so im Wasser. Du wirfst einen Stein, plopp, ins Wasser rein und zzzz. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, auch mit Verlust. Das hat auch was mit Verlust zu tun, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag als Makler Nein sagen würde, dann verliere ich ja den Auftrag. Und das ist auch natürlich an der Stelle tatsächlich auch eine Haltungssache. Ja, das ist auch so Mangeldenken, weil einfach nicht genug da ist. Genau, absolut. Das hat was, genau, Mangeldenken, nicht genug da, aber auch so den eigenen Wert erkennen. Also den eigenen Wert, bin ich mir das denn jetzt wert? Also wenn ich mich jetzt hier verrate zum Beispiel, also etwas tue, wo ich im Prinzip schon vorher sehe, das macht einfach keinen Sinn. Mach das aber jetzt, weil mal ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, keine Ahnung was, gehen wir heute Abend ins Kino und ich habe einfach keinen Bock. Und ich mache das jetzt nur, weißt du, ah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist der sauer auf mich und dann findet der mich nicht cool. Und dann ist der irgendwie enttäuscht von mir. Das ist ja nicht, macht ja keinen Sinn. Oder du hast einfach die, einfach keine Laune. Du willst auch mit einer bestimmten Art von Mensch nicht zusammenarbeiten. Und da sind wir natürlich direkt wieder beim Thema, welche Regeln hast du eigentlich für dein Leben? Also so eine Klarheit zu haben dessen, wie soll mein Leben sein? Was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu? 100 Prozent. Ja, was lasse ich zu? Guck mal, wenn ich doch Bock habe, morgens Sport zu machen und ich merke so drei, zwei, drei, vier Mal, ich habe das nicht. Dann muss ich doch sagen, nein, so geht es nicht. Ja, ja, ich mache das wieder. Das heißt, nein zu dem, wie es jetzt gerade ist. Und ich will es einfach auch so haben. Und da kann doch jetzt kommen, wer will. Und kann sagen, ja, Jong ist doch scheiße und das macht doch keinen Sinn. Ja, aber wenn es ja für dich in dem Moment das Richtige ist. Genau. Also da musst du halt wieder wissen, bist du mit dir klar, bist du mit dir fein. Ich kann auch das eigentlich direkt als Übung, können wir das ja ummünzen. Und ich kann das, wir hatten das Thema ja auch diese Woche in dem Call selber. Das ist eine mega geile Übung. Ja, einfach auch für das eigene Mindset mal wirklich proaktiv etwas abzulehnen. Auch was für dich von Wert ist. Ja, wie zum Beispiel ein Auftrag. Oder einfach, aber selber das Gefühl hast, hey, das passt nicht so richtig, das Objekt passt nicht, das ist nicht so richtig machbar. Der Verkäufer. Einfach für das Mindset mal Nein zu sagen. Ich mach das jetzt nicht. Exakt. Also das ist eine Übung, die können wir, glaube ich, beide jedem da draußen empfehlen. Ja, jetzt schreiben wieder die typischen Leute in die Kommentare dann so Sachen wie, wie soll ich denn dann mein Geld verdienen? Das ist natürlich alles, also bitte immer im gesamten Kontext die Sachen sehen. Ja, weil hier geht es eher darum, wirklich mal sich selber in eine Situation zu bringen, wo das überhaupt von deinem State of the Mind her möglich ist, in diese Ablehnung proaktiv reinzugehen, damit du in Zukunft es viel einfacher hast. Absolut. Also erstens ist es natürlich auch wieder eine Entscheidung, klar. Hundert Prozent. Du musst lernen, Entscheidungen zu treffen und zu Entscheidungen gehören Ja und ein Nein auch dazu. Weil du kannst ja nicht zu allem Ja und Amen sagen. Ich hasse vielleicht, vielleicht ist du wirklich das Schlimmste. Dann willst du das machen, ich weiß nicht. Ja, und ich meine, lassen wir nochmal ganz ehrlich sein. Denn der Punkt ist an der Stelle, wenn du es nicht lernst, in deinem Leben Nein zu sagen zu bestimmten Dingen, was auch immer das jetzt ist. Also es sind ja auch so Impulsdinge, die hochkommen. Weil du hast jetzt ein gutes Geschäft gemacht, du hast jetzt Geld verdient, du hast einen geilen, tollen Umsatz gemacht. Und natürlich ist die Verlockung, jetzt zum Beispiel ein schönes Auto zu kaufen, groß oder jetzt irgendwie verschwenderisch zu sein, auch groß. Aber auch da, da beginnt ja schon mal das Nein sagen oder das Nein sagen. Also auch zu dir selber, zu deinen inneren quasi Instinkten, die du in dem Moment hast, einfach Nein zu sagen. Weil die Leute denken, also Disziplin hat ja auch viel damit zu tun. Aber wenn du jetzt, guck mal, natürlich, du fährst abends nach Hause vom Büro aus und natürlich kannst du jetzt den schnellen Lachs machen und fährst zum McDonald's, zum Fastfoodladen und sagst, ach komm, ist doch geil. Aber manchmal ist das auch sehr geil. Ja, natürlich ist das manchmal in Ordnung. Aber ja, du hast im Kern der Sache, weiß ich was du machst. Nur es ist ein Unterschied, ob ich das manchmal in Ordnung finde oder ob ich eben wieder nicht zu mir selber auch Nein sagen kann und am Ende des Tages dann eigentlich von sieben Tagen die Woche fünfmal mir irgendeine Currywurst mit Pommes, am besten noch hier auf dem Obi-Parkplatz für Reihenzimmer. Genau. Oder was auch immer. Und so nimmt das ja seine Kreise. Nehmen wir mal Thema Erziehung, Kinder. Ja, Kind, nach Müde kommt doof, Kind macht da irgendeinen Zauber. Dann musst du auch mal sagen, nee, jetzt nicht. So, jetzt Feierabend, ab in die Kiste jetzt. Gehörst ins Bett. Und dann kommen dann die ein oder andere Mama, die dann sozusagen ein schlechtes Gewissen hat, wenn sie jetzt da konsequent ihrem Kind gegenüber sein muss oder andersrum gesagt mal Nein sagt, dass das nicht funktioniert. Übrigens ein sehr, sehr geiles Beispiel. Supermarkt. Warum steht im Supermarkt an der Kasse die Eistruhe? Ja. Ja, was meinst du denn eigentlich, wie viele Kinder sich da so pro Tag jetzt in den Sommermonaten auf den Boden werfen und ihre Mamas testen und ihre Mamas testen, ob die auch wirklich stabil sind, im Nein sagen. Da habe ich schon ein Lied drüber nachgedacht. Das ist geil. Ja, 100 Prozent. Die liegen dann einfach auf dem Boden. Ja, aber was meinst du denn, was da abgeht jetzt in den Supermärkten Deutschlands? Jetzt gerade so bei 30 Grad. Was meinst du denn, was da die Party am Start ist? 100 Prozent. Und du siehst richtig, letztens habe ich eine Mama gesehen, die war komplett am Ende. Die hatte richtig Puls. Die hatte richtig krassen Puls. Und jetzt geht es ja los. Dieses einfache Nein sagen und stabil bleiben, das ist es ja nicht. Das kriegen die dann nicht gebacken. Und dann werden die wütend. Dann werden die sauer. Also das ist ja die Folge. Ja, ja, das ist die Reaktion, also die Reaktion, die sich dann wandelt quasi. Genau, du kannst nicht Nein sagen und dann bist du aber am Ende des Tages über dich selber sauer. Du bist so angepisst dir selbst gegenüber, dass du jetzt misslaunig wirst. Ja, jetzt kriegst du so schlechte Voips. Ja, und dann fängst du an jetzt. Und jetzt geht das wieder los. Jetzt fängst du an, das Kind zu attackieren. Äh, benimm dich jetzt mal hier. Genau, und wenn du merkst, das funktioniert auch nicht, dann wirst du irgendwann frustriert über die gesamte Situation. Genau. Dass du merkst, das hilft alles nichts. Genau. Ja, und dann steckst du fest. Das ist geil, weil das beobachte ich sehr, sehr oft auch mit Leuten, die ich spreche. Wenn die mir so über ihr Business erzählen, was so gerade deren Situation ist, dann merkt man wirklich auch diese verschiedenen Phasen. Das ist jetzt natürlich ein sehr, sag ich mal, gemaltes Beispiel mit dem Kind und so. Aber am Ende ist es ja genau so. Es ist ja genau so. Die Leute versuchen was, kommt eine Reaktion, kommen mit der Reaktion nicht klar, machen dann irgendwelche Verzweiflungstaten, merken, das funktioniert auch nicht. Totale Frustration, nichts funktioniert mehr, das Business geht den Bach runter. Das ist ja oftmals der Ablauf, der da draußen passiert. Jetzt stell dir aber mal vor, jetzt geht die Frau nach Hause, jetzt kommt zwei Stunden später der Mann nach Hause, der hat auch schlechte Laune, weil er von seinem Chef eine drüber gekriegt hat. Dann ist alles vorbei. Und dem Chef auch nicht Nein gesagt hat, so nach dem Motto Chef, also Überstunden laufen jetzt mal nicht oder was auch immer. Da kannst du dir mal vorstellen, was das für eine explosionsartige Stimmung bei denen zu Hause jetzt an dem Tag ist, um das wieder auf die Business-Ebene zu heben. Jetzt musst du dir vorstellen, der Makler, der sagt offensichtlich, die Zahlen stimmen bei dem Objekt nicht im Verhältnis zu dem Wunsch vom Verkäufer. Der Makler ist nicht in der Lage, so zu kommunizieren mit dem Verkäufer, dass der Verkäufer das versteht und dass er am Ende des Tages sagt, macht total Sinn, machen wir so. Der Makler nimmt den Auftrag trotzdem an. Jetzt müssen wir aber auch mal darüber nachdenken, was sind denn die Konsequenzen davon, wenn man nicht Nein sagen kann. Jetzt mal anhand dieses speziellen Beispiels. Was ist die Konsequenz für einen Makler, der einen Auftrag annimmt, wo er im Prinzip, wenn er denn, jetzt könnte man noch sagen, okay, er hat die Bewertung nicht gemacht, wissen wir ja auch, 8 von 10 machen keine vernünftige Bewertung, keine Expertenbewertung. Also könnte man ihm jetzt noch unterstellen, er weiß es gar nicht. Ja. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. So nach dem Motto. Obwohl die meisten denken, sie wissen, was sie tun, wissen sie aber nicht. Genau, da sie aber die Immobilie, jetzt kommt ja Konsequenz 1, Konsequenz 1, sie geben Geld aus. Ja, für das Objekt, um das zu verkaufen. Konsequenz, also im Prinzip verbrennen sie Geld. Ja. Konsequenz Nummer 2, die Bude geht nicht weg. Ja. Konsequenz Nummer 3, der Verkäufer wird irgendwann auch misslaunig, weil der geht ja davon aus. Logischerweise, weil du positionierst dich ja als Experte dafür. Genau, also das heißt, ich habe unnötigen Stress mit dem Verkäufer. Schadet deiner Brand, schadet deiner Marke. Das eine Nein, das hätte vielleicht jetzt mal einen halben Tag wehgetan. Aber die Konsequenzen aus dem Nein, die tun Wochen und Monate weh, wenn nicht sogar noch länger. Ja. Also Monate auf jeden Fall. Weil das zieht sich ja ... Das sieht man ja gerade. Also 8 von 10 Maklern sitzen ja auf der Großzahl der Bestandsobjekte, sitzen die ja seit 6, 7 Monaten. Und diese ganzen Pain Points, die du ja gerade genannt hast, die kommen ja alle innerhalb dieses Zeitraums vor. Ob es 8 von 10, 6 von 10, 7, ist eigentlich völlig wurscht. Also es sind mehr. Das ist halt so. Ja, also am Ende des Tages geht es ja aber noch weiter. Lass doch mal die Konsequenz weiterspinnen. Was ist denn mit dem Ruf? Was ist denn mit dem Image des Maklers am Standort? Wenn der jetzt ... Das sage ich ja. Das nimmt ja Schaden auf die Brand, auf die Marke. Exakt, ja, genau. Auch total. Ja, das kriegen ja andere Leute mit. Genau. Und er sitzt auf Geld. Er sitzt auf barem Geld, also auf Provision. Ja, und er kommt nicht raus aus der Nummer, weil er jetzt nicht weiß, was so ... Und jetzt fängt er an zu versuchen, sich das zu erklären. Und da er jetzt das ja schon nicht lösen konnte, also wir können jetzt mal festhalten, dass ihm irgendwo Wissen fehlt. Ganz soft. Ja, 100 Prozent. Ihm fehlt irgendwo Wissen. Also fängt er jetzt an, mit dem mangelnden Wissen, sich irgendeine Erklärung zu suchen. Und das funktioniert in den meisten Fällen so, dass man jetzt irgendwie darum ringt, sich selber sozusagen irgendwie zu retten, weil man wird sich ja nicht selber kaputt machen. Und man versucht jetzt im Außen, wie zum Beispiel, ja, das hat alles mit der Zinskrise zu tun. Das ist das Problem. Ja, und jetzt bist du schon fit, nicht fit, sondern fett, in der Opferrolle drin. Jetzt bist du schon komplett, sitzt du wirklich im Misthaufen so krass drin und jetzt versuchst du dir einfach diesen ganzen Schmäh zu erklären. Ja. Weil du dich, du konntest nicht Nein sagen bei der Wahl deines Geschäftspartners. Du konntest nicht Nein sagen bei dem Mitarbeiter. Du hast es vielleicht schon geahnt, dass er nicht optimal ist, aber du hast Druck und du wolltest jetzt das Problem schnell lösen. Guck mal, wir haben gestern zwei Bewerber abgesagt. Also heute. Wir haben zwei Bewerber abgesagt, wo ich im ersten Moment noch der Meinung war, ah, ja, komm. So, dann haben wir beide ja miteinander gesprochen. Und wir machen ja hier immer vier beziehungsweise sechs Augen Entscheidungen bei Mitarbeitern und wir haben sie jetzt abgelehnt. Also musst du Nein sagen, ja, das bringt halt nichts. Wenn du dir nicht sicher bist, dann sag Nein oder frag nach, damit du die Sicherheit bekommst. Kann ja sein, ne, wenn du irgendeine Entscheidung hast. Ja, oftmals sind es ja auch Missverständnisse. Absolut, gar keine Frage, ne. Also das Thema Nein sagen lernen, finde ich, ist eine krass wichtige Übung und sollte sich jeder, und zwar jetzt nicht einfach um per se immer irgendwie einfach Nein zu sagen, sondern generell wirklich hinzuschauen, ist das wirklich das, was jetzt Sinn macht? Und ein Nein bringt einen am Ende des Tages zu ganz, ganz, ganz vielen Ja's, nämlich vor allen Dingen auch wirklich mal unterscheiden zu können, das will ich vielleicht als letztes noch sagen, so eine Unterscheidung, weil ein Ja und ein Nein. Ein Jein ist immer ein Nein, weil ein Jein kann nie ein Ja sein. Ein Ja ist immer Yeah. Auf jeden Fall. Ich will. Und ein Jein ist ein Nein. Ja. Also, komplett Banane. Also, dann trifft doch die richtige, klare Entscheidung, was du willst, ob Ja oder Nein. Und sprich es vor allem auch raus. Und sprich es aus, ja. Und damit lernst du. Und wie gesagt, für die Makler, ganz wichtig, auch Nein zu einem Interessenten, Kaufinteressenten. Wenn der anfängt hier rumzuspielen, Finanzierungszusage kommt nicht rein, der hat Kommunikationsverzögerung, der ruft nicht zurück, der schreibt nicht zurück auf die E-Mails. Du willst aber die Immobilie abwickeln. Dieser Mensch, dieser Mensch, der da jetzt nicht sauber mitspielt, der den Prozess nicht annimmt, meinen Verkaufsprozess nicht annimmt. Was macht der denn? Der stoppt doch den ganzen Prozess. Der blockiert doch. Aber oftmals machen die Leute das ja auch deshalb, weil sie irgendwas testen wollen. Ja, weil sie dann irgendwie gucken, vielleicht kriege ich da für mich noch was Besseres raus, wenn ich hier ein bisschen rumspiele. Was auch immer. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, einfach erstmal Nein zu sagen, um auch dann zu gucken, okay, kommt vielleicht noch eine Reaktion, die dann ja, in dem Beispiel jetzt, auch manchmal wieder positiv für dich sein kann. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich in die Ablehnung gehe, auch ich habe ja Leute, die interessiert sind, ich merke aber im Laufe des Gesprächs, das passt einfach nicht. Ich will gar nicht, dass wir denen helfen oder dass wir mit denen zusammenarbeiten. Dann gehe ich in die Ablehnung und manchmal kommen da Sachen bei raus, die auch gut für dich sind, wo du einfach merkst, der Kunde, ey, der entschuldigt sich zum Beispiel dafür. Oder der Kunde merkt halt einfach, ey, du hast das jetzt gerade gar nicht nötig und auf einmal kommen Reaktionen, die sehr, sehr gut sind. Genau, weil viele denken ja auch, dass es Nein zu einer Person zum Beispiel ist oder dass ich einen anderen damit verletze. Sondern es ist ja Nein, das möchte ich nicht zum Beispiel. Nein, ich möchte diese Sache nicht oder ich will diesen Umstand nicht. Ich möchte dieses Verhalten nicht. Häufig ist es ja Verhalten. Und das kann man ja auch ganz, wenn man, weißt du, je mehr man sich dessen bewusst wird, umso ruhiger wird man ja auch dann dabei. Und hat dann keine Ladung da drauf, dass das so explosiv ist, sondern ist einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen cooler. Und man sagt einfach, ey, pass mal auf, das und das ist das. Nee, das will ich nicht. Das möchte ich einfach nicht. Also hier kann ich immer wieder nur anhalten, einfach Dinge klar anzusprechen und sich auch dem Nein bewusst zu sein. Und vor allen Dingen hat sehr viel auch mit Integrität zu tun. Also sich selber nicht zu verbiegen, sich selber treu zu bleiben. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Weil wenn du, wenn du, wenn du... So eine eigene Richtlinie noch einfach einzuhalten, ja. Ja, everybody's Darling is everybody's Depp. Okay. In diesem Sinne... Das sind gute Schlussworte. Wünsche mir allen alles Gute. In diesem Sinne. Peace. Ciao. Ciao.